ARD Text im Auftrag von Funk Ich bin ein Fake-Youtuber geworden Ich kopiere jetzt andere YouTuber Vor allem mit meinem langweiligen Mit dem langweiligen Reden Damit habe ich jetzt angefangen Ich finde das ein absoluter Banger Damit kann man arbeiten Wo ist eigentlich mein Texture Pack, Digga? Wo ist mein Texture Pack? Auf jeden Fall werde ich jetzt absolut krasser Influencer werden Ich will Fame werden Das ist mein Hauptthema und so Und ja, hi Ja, wenn ich mich streame, Leute Mir fehlen noch elf Follower Followt euch doch alle mal rein Dann kann ich irgendwie Affiliate anmelden Und ich bin RETREAT Oder vielleicht auch nicht Erstmal kurz ein Ressource Pack reinpacken Das nervt mich ein bisschen Also, let's go Followt rein, mir fehlen nur noch elf Follower Ich bin nicht eingespielt, das ist meine erste Runde Das ist meine erste Runde Ey, lass mich doch entfrieden Auf jeden Fall will ich jetzt krasser Influencer werden Ich habe auch schon ein neustiges Setup-Video gemacht Ich zeig euch mal mein Setup Erstmal übergeben Boah, ist das aberartig Was ist denn hier passiert, Digga? Ist das... Es ist ein absolut wildes Ding Und gestern, ne? Kam mein Mauspad an Gestern, ne? Vor allem Gestern, Digga Wahrscheinlich Seit Dienstag ist mein Mauspad da Ich benutze es jetzt schon seit Dienstag Logischerweise Ähm, und Dienstag kam mein Stream verspätet Und so weiter Und gestern habe ich gar nicht gestreamt Also Freitag Absolut wild das Ding Ich bin jetzt krasser Heroin-Fluencer Ja? Erstmal Digg die Insider irgendwo anders klauen Absolut wild Wann geht endlich die scheiße Runde los? Ich will nicht mein komplettes Video in der Lobby verbringen Was geht da? Wir sind jetzt läuft, wenn die Runde los geht ALACH Mein neuester Mauspad ist da Ja man LED SWAGNESS SWAG Ich bin so cool für diesen Planeten Und das packen wir jetzt mal aus Also beziehungsweise ich pack es aus Und dann zeige ich es euch Weil ich Ich film mit meinem Händen Ich hab mein Haul Let's go der Hase Es ist offen Perfektissimo Und mega Perfekt Da ist das hübsche Teil Die Frage ist Wem juckt das eigentlich? Hm? Ich schneide es einfach in irgendein random Video rein Was ist das? Ich kann meine Box wieder aufladen Cool Ja Müsste lang genug sein Ich hoffe Äh Und das kommt jetzt Da an dieses wunderschöne Setup ran Ja Ich werde das jetzt anbauen Und dann zeige ich euch wie es gleich ist No joke Guckt euch dieses Setup an Es ist wild Es ist wilder als wild Leute Ich mach da ADHS Farben rein Jungs Und jetzt weiterhin Viel Spaß mit dem Video Ich bin jetzt krasser Hero Influencer Leute Ihr seht mein Ihr habt mein Unboxing gerade gesehen Ich schneide es hier so ein Teil rein Wahrscheinlich Einfach nur damit ihr seht Wie krass ich im editieren bin Nachfolge mir doch einfach auf meinem zweiten Kanal Wo ich einfach nur aufwändige Videos mache Ja Auf jeden Fall mein Mauspad Sticker denn je Jetzt mein sexy Setup Ihr seht es jetzt Komm Leute Ihr seht mein sexy Setup Wild 7 PCs Glaubt mir Das sind 7 PCs Oh weh Ich hab mein Mikrofon jetzt lauter eingestellt Ich hab mein Mikrofon lauter eingestellt Ok Weiter gehts Oh den ficken wir Den ficken wir Nein der fickt mich Ah nein den ficken wir Den ficken wir Den ficken wir Was dein scheiß brauche So Leute Ich hab heute ADHS Ich hab heute ADHS Ich hab heute ein bisschen ADHS Vielleicht merkt man das So ein bisschen Hör doch rauf Ich hoffe euch hat das bisschen gefallen Ja das ist natürlich eine positive Bewertung Abonniere bei euch Zwei neue Ebu Auch wenn die Videos kommen Da kommt demnächst ein neues Abonniere bei euch Fakt Marco auf Instagram Spaß Leute Ich hab mich noch mal Ich hab mich noch mal